Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen eine wunderbare Fest, die Festtage sind immer auch eine Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit. Nicht aber für uns bei der FDP beim Freisein, wir sind mit Vollpunch dran, dass wir im neuen Jahr wieder mit Ihnen und für Sie das Land mit liberaler Politik weiterbringen können. Auch von meiner Seite her die allerbesten Wünsche für die bevorstehenden Festtage und vor allem nach einem ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Wir von der FDP her wünschen alles Gute, gute Gesundheit vor allem für 2022 und wir werden weiterhin für euch alle kämpfen, damit wir weiterhin in einem liberalen, wunderbaren Land leben können. Auf die Schweiz, alles Gute! Schätze Damen und Herren, auch von meiner Seite alles Gute für das neue Jahr und vor allem jetzt besonders schöne Festtage im Kreise von Familie und Freunden. Für die Schweiz wünsche ich mir, dass die FDP auch in Zukunft wieder Wahlen gewinnen kann, weil meine Arbeit im Parlament zeigt mir, dass mehr FDP eben mehr Fortschritt und mehr Wohlstand für alle würde heißen. Es braucht eine starke FDP in der Schweiz, um die dringenden Reformen vorantreiben und so werde ich mich dafür einsetzen, dass wir im neuen Jahr starke freisinnige Stimmen werden. Danke für Ihre Unterstützung! Hallo an alle und alle! Für diese Jahrzehnte, ich würde Ihnen wünschen etwas ganz einfaches, aber sehr wichtiges, dass wir diese Jahrzehnte mit allen und allen, in der Sperenheit und natürlich mit der Gesundheit. Ich hoffe, und ich hoffe, dass wir alle und alle zusammen aus dieser Krise die möglichst schnell wie möglich sind. Und für das, wir brauchen Sie alle, von euch und alle zusammen. Also, es geht gut für diese Jahrzehnte! Und hier geht's! Alles Gute für Sie!